Eine Schau besonders gut gelungener Sanierungen an Gebäuden ist ab sofort im Lichthof des neuen Rathauses in Hoyerswerda zu sehen. Die Wanderausstellung ist vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen initiiert worden und soll auf die Errungenschaften der vergangenen 25 Jahre hinweisen. Egal ob Platte, denkmalgeschütztes Gebäude oder Mehrfamilienhaus, mittlerweile strahlen in vielen Orten Fassaden in freundlichen Farben. Das Ganze war allerdings mit viel Aufwand und Geld verbunden. Immerhin 13,4 Milliarden Euro wurden investiert. Daran will man mit den Schautafeln erinnern.